Mats Hummels was seine Augenfarbe mit Lisa Straubes Posting zu tun hat Wieder einmal macht Mats Hummels angeblich neue Liebe Lisa Straub auf Instagram auf sich aufmerksam, denn der Post könnte an den Fußballhelden gerichtet sein. Hartnäckig hält sich das Gerücht, dass es sich bei Mats, 32, und Cassie Hummels, 33, dem einstigen Vorzeigepaar der Fußballerwelt, ausgeflittert hat. Und wo die eine Beziehung endet, ist die neue Liebe oft nicht weit. Die beiden sollen bereits seit Anfang des Jahres getrennt sein. Er soll mit der 21-jährigen Lisa Straube, einem eingefleischten Dortmund-Finn, angebundelt haben. So auch bei Mats, angeblich. Mit den vielen kryptischen Texten, die Lisa auf Instagram verbreitet, sorgt sie zumindest nicht gerade für ein überzeugendes Dementi der Gerüchte. Ihr neuster Post gibt erneut Anlass zu Spekulationen Mats Hummels angebliche Flamme. Lisa Straube äußert sich auf Instagram. Die junge Frau veröffentlichte ein Foto von sich in einem schwarzen Oberteil und mit einer zarten Perlenkette um den Hals. Passend dazu schreibt sie auf Englisch, braune Augen sind nur braune Augen, bis du jemanden mit braunen Augen liebst. Und ergänzt ihr Sprüchlein mit einem gelben Herz. Ihre langen braunen Haare fallen ihr über die Schultern. Mats Hummels Augen werden zum Instagram-Thema. Zum einen könnte schon das kleine gelbe Herz zumindest als Andeutung interpretiert werden. Schließlich handelt es sich dabei um die Vereinsfarbe von Borussia Dortmund, die fußballerische Heimat von Mats Hummels. Mit diesen Zeilen drückt Lisa Straube jedoch vor allem die Besonderheit brauner Augen aus, die sich dem Betrachter aber erst dann vollständig offenbart. Wenn man einen anderen Menschen mit dieser Augenfarbe liebt. Und welcher bekannte deutsche Fußballspiele hat nicht nur eine medienwirksame vermutlich Trennung hinter sich, sondern auch noch braune Augen. Richtig? Mats Hummels. Lisa Straube und ihre Andeutungen rund um Mats Hummels bekundet sie hier also zwischen den Zeilen ihre Liebe für den Dortmunder Kicker? In jedem Fall ist dieses Foto mit der dazugehörigen Bildunterschrift die neueste Ergänzung in einer langen Reihe kryptischer Andeutungen rund um die Themen Liebe und Zusammengehörigkeit. Sie postete auch schon einen Beitrag, in dem es auf Englisch hieß, ein Herz, das lebt, ist immer jung. Das wiederum kann als Anspülung auf und Augenzwinkern des Wegwischen des nicht ganz unerheblichen Altersunterschiedes vielleicht. Welchens gewertet werden, schließlich trennen die beiden elf Jahre. Cassie Hummels zeigt sich kämpferisch, aber Lisa Straube ist nicht die einzige Frau im Dunstkreis von Mats Hummels. Die sich darauf versteht, mehrdeutige Statements in den sozialen Netzwerken zu verbreiten. Auch Cassie Hummels ist darin eine absolute Meisterin. Thematisch bewegen sich ihre Äußerungen aber eher im Bereich der Demonstration von Kraft und Unabhängigkeit. Aber natürlich heizt sie die Gerüchteküche damit selbst nur noch mehr an. Sie drückt damit aus, wie stark sie ist und wie frei sie sich fühlt. Was denn nun, zusammen oder nicht? Zumindest zum ersten Kindergartentag von Söhnchen Ludwig III fanden sich Mats und Cassie Hummels zusammen und begleiteten ihren Spruss zu seinem besonderen Tag. Hier unten seht ihr, wie sie sich aller Gerüchte zum Trotz als perfekte kleine Familie zeigen.